Welches Lego-Auto kann am schnellsten die Mega-Rampe runterfahren in GTA 5? Lasst uns auf jeden Fall ein Like da, Leute, dann fahren wir nämlich mit dem ersten Fahrzeug runter, und zwar dem Mr. Bean-Fahrzeug. Wir sehen, Leute, wie schnell wir sind. Und let's go, Leute! 100 kmh, 180, 200, okay, der ist schon mal nicht schlecht, Leute. 300, oh, Junge, der Wagen geht richtig ab. 330, und jetzt, zack, Alter, 330, nicht schlecht. Als nächstes fahren wir den Lego-Ferrari. Und let's go, lassen aber da, und wir fahren runter, und wir gucken, wie schnell. 200, 250, 300, oh, bei 319 ist, glaube ich, Schluss bei dem Wagen. Oh, und schneller geht's nicht. Oh, man, das war nicht so gut. Und als nächstes fahren wir, Leute, mit dem Raketen-Bugatti-Lego-Fahrzeug. Und wir fahren runter, und 200, oh, 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 oh. Oh, mein Gott, Alter, wir fliegen. Nein! Och nee, das hab ich mir anders vorgestellt.